Persönlichkeitstest, was ihre Lieblingsblume ihren Charakter verrät. Sie sind nicht nur unglaublich schön und verströmen einen angenehmen Duft, sie sorgen außerdem auch für eine gemütliche Atmosphäre in den eigenen vier Wänden. Neben ihren einmaligen Eigenschaften können Blumensträuße bei unseren Liebsten auch immer für ein Lächeln sorgen. Nelken, Rosen, Narzissen, Tulpen oder doch lieber eine ganz andere Blume? Ihre Wahl kann Ihnen eine besondere Eigenschaft über Ihren Charakter offenbaren. Die Auflösung finden Sie im Video.